Trotz all der Bürokratien und Regularien, die in den letzten Jahren auf die Bank und auch auf ihre Kunden hereingebrochen sind, ist meiner Meinung nach das Kreditgeschäft immer noch ein People Business. Und ich pflege diese Bankbeziehung mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich bereits seit ungefähr 15 Jahren in dieser offenen und ehrlichen Art und Weise. Und ich bin in dieser Zeit niemals von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich enttäuscht geworden. Sie war immer ein fairer und verlässlicher Partner, auch wenn die Zeit einmal nicht so gut war. Die Raiffeisen Landesbank sticht sicherlich heraus durch die Stabilität im Betreuerteam, das sich seit Jahren nicht verändert hat, die sehr gut unser Geschäft versteht, mit der es einen sehr intensiven Austausch und Kontakt gibt und die nichts verspricht, was sie nicht halten können. Oder anders gesagt, mündliche Zusagen oder Vereinbarungen werden dann auch schlussendlich durch die formalen Gremien bestätigt. Ich wünsche der Bank alles Gute zum Geburtstag, dass sie weiterhin so bleibt, wie sie ist. Ein zuverlässiger Partner, eine internationale Bank, aber doch mit einem regionalen oder lokalen Ansatz, wo Handschlag und Hausverstand und Weitblick noch mehr zählt oder gleich wichtig ist wie Ratingsysteme oder Regulatoren und Bürokratie.